heiho und ein herzliches willkommen zum neuen patch check ich möchte vornherein sagen ich bin a saumüde weil ich die letzten beiden nächte fast nichts geschlafen habe b ich hatte jetzt nur circa eineinhalb stunden zeit den ganzen patch zu analysieren und durchzulesen und c gehen was los der patch ist ewig lang patch 4.13 ab jetzt champion nummer eins der gewirkt wurde ist elise die bekommt beim coco eine geringere breite und zwar von 70 auf 55 also ähnlich wie bei der niederlich sperren eine ein extrem krasser nerf einfach nur der sich vor allem in der profilige auswirken wird wo man ja momentan im jungle nur elise evelin und die sind sieht und zu den beiden kommen wir dann auch noch vorher kriegt aber dies noch den zweiten nerf aufgedrückt und zwar auf der e in spinnenform wo sie jetzt nur noch 750 reichweite hat anstelle von 9 25 das macht elise im jungle zwar noch immer spielbar aber bei gangs eine absolute katastrophe weiter geht es mit evelin evelin bekommt einen nerf auf ihre kuh den hassausbruch oder die spikes of rage und zwar einen extrem krassen sie kriegt weniger schaden raus sie hat weniger bonusfaktor bei der fähigkeitsstärke weniger bonusfaktor beim angriffsschaden und die kosten wurden im gegensatz dazu reduziert das ding ist nur man kann ja trotzdem nicht öfter casten und deswegen ist das definitiv auch ein nerf nächster darunter ist gragas der kriegt kein frei bier mehr die kuh verursacht nur noch 70 prozent schaden an was sagen die betrunkene wut kostet jetzt 30 mal auf allen rängen also wie gesagt kein frei bier mehr die cooldown zeit wurde auf höheren rängen runter gesetzt und die schadensverringerung die bis jetzt drei sekunden gehalten hat hält jetzt zweieinhalb sekunden außerdem wurden hier noch zwei nette fehler behoben aber schön und gut und außerdem wurde ein e fehler genau ja genau ein fehler wurde bei der e behoben und zwar wenn man die als ersten oder zweiten spell gecastet hat hat die manchmal nicht funktioniert war er war damit sind wir auch bei hekarim angekommen bzw er galoppiert in stadion die passive kriegt einen zusätzlichen schadens bonus und zwar keinen schwachen auf stufe eins dann um fünf prozent einfach mal hochgedreht seines zusätzlichen lauftempos und seine kuh bekommt eine reduktion der mana kosten sprich wir sind jetzt bald von mana kosten auf kuh und schaden der passiven wieder da wo hekarim anfang war wenn sie dann deine fähigkeiten jetzt auch wieder hoch drehen sehen wir wieder nur power bonus in der lcs ich weiß manchmal nicht das war mit dem balancing vor hat aber anscheinend scheint zu funktionieren nächste im bunde ist der kriegsmönch jacks der beendet seine angriffsanimation jetzt etwas schneller um fast 20 prozent hilft halt einfach dass die animation nicht so kantig ausschaut vielleicht haben sie mit dem ist auch bald was vor oder wollen dem mehr auf angriffstempo skalieren ich habe keine ahnung nummer drei der versprochenen champions der blinde mönch lee sinn der bekommt nämlich mehr lebensregeneration pro fünf sekunden und zwar von basis aus von 6,95 auf 8,95 hochgesetzt blöds außerdem wird die schilddauer von der w von vier auf zwei sekunden reduziert und verkrüppeln verhindert nicht mehr dass der gegner öfter angreifen kann sprich die er angriffsgeschwindigkeit wird nicht mehr reduziert sondern nur noch das lauftempo lasst die boote zu wasser hier kommt der wikinger olaf kriegt einen buff und zwar wird die abgängzeit der q von 8 sekunden auf allen rängen auf sieben sekunden auf allen rängen reduziert außerdem wird die heilung mit fehlendem leben besser skalieren und zwar anstelle von 2,5 prozent fehlendes leben gibt es ein prozent mehr heilung gibt es jetzt für zwei prozent fehlendes leben ein prozent mehr heilung was eigentlich schon ein bisschen heftig ist weil 2,5 prozent kriegt man halt wesentlich seltener rein als zwei prozent aber gut ragnarack kriegt außerdem einen buff auf die cooldown zeiten und zwar von 120 bis 80 auf 100 bis 80 und wenn ich mir jetzt doch überlege dass ich neulich erst mit olaf in einem normalen draw pick spiel so extrem krass abgezogen habe auf der toplane gegen einen gold spieler dann frage ich mich ganz ehrlich braucht ihr das nächster im bunde ist shen shen hatte seit ewigkeiten einen bug drinnen dass sich seine ulti nicht ganz so verhält wie man es will dass man sich dann nicht immer zwangsläufig zum ziel hin teleportiert wenn man nicht unterbrochen wird weswegen er auch lange zeit in der lcs gesperrt war jetzt ist dieser bug draußen jetzt darf man ihn wieder spielen shivana kriegt eine kleine anpassung es würde teilweise auch als nerf durchgehen als ganz schwacher und zwar ist es so dass die flamme von erbe des drachen jede sekunde schaden verursacht die von aus brennen aber alle 0,75 sekunden das wird hochgesetzt auf jede sekunde und damit ist das gleich und man kriegt in drei sekunden definitiv weniger schaden raus der page ist echt zu lange leute weiter mit den magiern weil sonst wäre ich nie fertig ähm kale das ist ja nett weil die haben ja kale letztens erst verändert und jetzt kriegt ihr auf gerechter zorn ihrer e wieder mehr fähigkeit stärken skalierung und die ulti hat noch weniger cooldown hatten wir das nicht schon mal irgendwie so vor circa drei patches oder so kale hat keinen schaden mehr dass man sie konstant auf der top oder mitspielen kann und für support hat sie zu wenig heal faktor auf der w weil das auch alles runter gesetzt wurde die ist schon unspielbar jetzt machen sie sich halt ein bisschen noch unspielbarer und die ulti ist halt genauso nutzlos wie vorher man kann sondern mit einem verbündeten oder sich selbst für zwei sekunden lang retten und vielleicht auch den ein oder anderen kill den nein damit aber im endeffekt ist es halt nur noch die ulti und alles drumherum kann irgendwie nicht wirklich mehr was also bitte riot weiter geht's und zwar mit der spielgestalt von de blanc nein könnte doch die echte sein die verzerrung kostet in zukunft nämlich weniger mana auf höheren rängen sie fängt noch immer konstant bei 80 an steigert sich aber nur noch bis 100 und nicht mehr bis 120 holt eure pelzmäntel raus jetzt wird's kalt jetzt kommt das andere die kriegt nämlich einen buff auf der kuh und zwar in der form dass sie einfach weniger cooldown zeit drauf hat außerdem wird der bonusfaktor ihrer weh dem frostring etwas verringert das ganze hat jetzt angeblich das ziel das riot einfach sagt okay lissandra soll nicht einfach einen typen eineinhalb sekunden lang stannen und den dann platt machen deswegen ist es ja auch so dass sie die verlangsamung der ulti erhöhen von 20 30 40 auf 30 45 75 du sollst den nicht stannen eineinhalb sekunden lang du sollst den slow eineinhalb sekunden und den dabei wegklopfen fucking logic und nein ich hab nichts vergessen die normalen zeiten für die stunts bleiben gleich jetzt geht's weiter ins reich der wundersamen kreaturen lulu ist da und zwar mit einem extrem starken nerf auf der kuh die slow effekte von glitterlands ihrer kuh skalieren nicht mehr mit fähigkeitsstärke was das im prinzip genau das ist was ich erwartet hätte allerdings dass sie dann den normalen wert wieder hoch setzen jedenfalls ist sie in der mitte damit halb nutzlos geworden vor allem wenn man dann noch betrachtet dass ihre w auf fünf sekunden lauftempo verbesserung auf allen rängen war ja das hat jetzt von drei bis fünf sekunden baut sich das langsam auf und sie kostet jetzt dafür aber im ausgleich weniger mana ob das jetzt wirklich so der bringer ist abwarten weiter geht's mit lux die hat nämlich ihre passive überarbeitet bekommen und zwar von 10 plus 10 mal stufe als schaden jetzt 10 plus 8 mal stufe und 0,2 fähigkeitsstärke ich habe dazu eine nette grafik vorbereitet und zwar ist es da spannend die blaue und die orange linie zu betrachten ich hoffe man erkennt es jetzt als orange bei 9,0 die werte bei neu sind die fähigkeitsstärke level das lässt sich ja mit diagrammen immer schlecht ausdrücken wenn man jetzt aber den blauen und den orangenen strich vergleicht sieht man dass die alte vom grundschaden her natürlich stärker war ist klar wenn man jetzt aber mit 100 fähigkeitsstärke rechnet wäre es am anfang ein relativ guter buff das heißt wenn man ein bisschen fähigkeitsstärke dazu bekommt ist das am anfang schon ganz nett wirklich krass wird es aber erst wenn man so ab 500 fähigkeitsstärke schaut weil da liegt das einfach kilometerweit drüber und wenn ich mir jetzt überlege dass ein mid laner mit 500 fähigkeitsstärke eigentlich relativ selten ist und die meisten sektor bei 600 bis 700 liegen dann kann das schon extrem viel schaden drücken und ich weiß nicht ob sie damit nicht ein bisschen übers ziel hinaus geschossen sind aus dem void rift kommt wel cox der bekommt etwas breite auf den leeren spalt aufgerechnet von 65 auf 88 wie man auch immer auf diese kranke zahl kommt 90 wäre doch eine schöne gerade zahl und die ulti reichweite wurde auch um 50 einheiten erhöht buff na ich glaube das ist nerf hehehehe jasu kriegt auch wieder eine auf den deckel und zwar wird die schilddauer der passiven von eineinhalb auf eine sekunde reduziert und der stahlsturm skaliert weniger mit angriffstempo und die ausführzeit wurde erhöht von 0,13 auf 0,18 sekunden da spürt man total vor allem im low elo bereich und die windwall wurde soweit verändert dass es keine zusätzlichen fluss quasi mehr gibt ich weiß gerade gar nicht wie es im englischen heißt weil ich jasu auch selbst nicht spiele und damit eben die passive nicht schneller aufgefüllt wird damit die wortspielerei jetzt bringt nichts mehr mit jasu gegen die wand zu rennen auch wieder sinn macht ich meine wir rennen schon gern gegen eine wand auch wenn es nur eine windwand ist ach lassen wir das der patch ist noch viel zu lang nächster im bunde der bombenbauer mal wieder 6 die mega in fernerbombe bekommt einen nerf auf die ulti cooldown die mega in fernerbombe ist die ulti ich bin ein ganz heller typ heute und zwar von 120 bis 90 sekunden auf 120 auf allen rängen das soll verhindern dass man im late game mit der bombe einfach mal so aus spaß minions warnt abgesehen davon dass es nicht mal im low elo bereich jemand macht also zumindest nicht da wo ich bin so high bronze low silver warum sollte man das tun habe ich ihn verpeilt naja letzter im bundeszieljahr bei dem wurde eine fehlerbehebung vorgenommen und zwar wird die zeitbombe in zukunft auch magische schilderwerk ratzen eigentlich schade warum hat das eigentlich bis jetzt niemand so wirklich ausgekostet zieler wird zu selten gespielt außer den letzten 2-3 wochen der lcs ja ich weiß so ich habe mir gerade kaffee geholt jeder der mich kennt weiß wenn ich kaffee trinke dann ist vieles zu spät weiter gehts mit graves meinem lieblings ad carry nicht nur weil er eine schrotflinte hat ähm graves streuschuss wird ein bisschen verbessert und zwar wird der direkte treffer von streuschuss von zusätzlichen treffern von 35 auf 40 prozent schaden pro zusätzliche kugel erhöht außerdem wird der kollateralschaden im mid und late game erhöht von 250 bis 450 auf 250 bis 550 aber jeder der graves so gerne spielt wie ich weiß dass ich den schaden early eigentlich eher brauchen würde deswegen wäre ich eher für eine ummodellierung von 300 bis 500 oder so oder 300 bis 450 oder so ich habe keine ahnung auf jeden fall schön dass im late mehr schaden drückt aber im early hat das dringende gebraucht aber definitiv ein buff wahnsinn incoming jinx ich werde verrückt das funktionierte jetzt auch mit inhibitoren das waren bis jetzt die einzigen gebäude abgesehen vom nexus mit denen der spaß nicht funktioniert hat und ob es das jetzt wirklich bringt klar man kann in hip pushen und dann schnell wegrennen buff kagmau kriegt einen buff auf seine leben glaubt man jetzt zumindest mal am anfang ist auf jeden fall ein nerf und zwar vom alten wert 524 grundleben auf 487 herunter gesetzt allerdings kriegt er pro stufe statt 84 87 leben also drei mehr klopps und man zieht das zwar in der grafik nicht ganz so genau aber auf level 13 ist das ein buff bis level 12 ist die neue skalierung hinten auf level 12 hat die alte 1532 leben und die neue 1531 und auf level 13 geht es dann drüber von 16 16 auf 16 18 ist ganz nett gibt im endeffekt 20 leben mehr man bringt ihn halt damit etwas leichter ins also etwas schwerer ins late game hat es dann aber dort ein bisschen leichter außerdem wird die kuh verändert und zwar so dass sie am anfang weniger rüstung und magieresistenz wegfrisst also auch da die tendenz hin zu machen wir es ihm im early game schwerer im late game bleibt es aber genauso allusion allusion da haben sie letzten patch ordentlich was angerichtet bei dem dieses mal wird das halbwegs gefixt und zwar wird die erbarmungslose verfolgung etwas erbarmungsvoller ja sie kriegt nämlich den cool dann wieder hoch gesetzt von 14 auf bis 10 auf 18 bis 14 und die verlangsamung wird dadurch nicht mehr aufgehoben das heißt ja fast am alten stand nur die mana kosten für noch nächster im bunde ist sie wir wenn die jetzt auf die jagd geht kriegt ihr einen lauftempo bonus von zwei bis sechs sekunden anstelle von zwei bis vier sekunden ähm ist halt irgendwo von vorteil weil recht viel mehr bringt die ulti ja dann in wirklichkeit auch nicht und damit kann man die einfach ein bisschen mehr auskosten im endeffekt wird riot einfach nur andere ad carries wieder in der lcs zeigen man sieht nur noch kogmao und tristana zu tristana kommen wir übrigens als nächstes diese bekommt nämlich einen nerf auf die w und zwar von der verlangsamung her wird diese von 2,5 sekunden auf allen rängen auf 1 bis 3 sekunden verändert also auf stufe 4 hat man dann das was man jetzt eigentlich immer hatte und auf stufe 5 ist nochmal einen zacken besser definitiv ein nerf fürs early aber halt im late game ein buff aus dem wird der magische schaden von explosiver schuss verringert was natürlich beim wave clear immensen nachteil bringt im late wobei der nerf im early wesentlich stärker ist weil sie von 110 auf 270 auf 80 bis 260 reduziert wird sprich im late ist der nerf nicht mehr ganz so heftig es soll vermutlich einfach verhindern dass alle carries so wie es letztes wochenende bei nlcs passiert ist die ehe nicht leveln und sich die punkte aufheben bis man in die teamfight phase kommt achtung achtung spannungsbogen für varus sorry ob keine bessere überleitung die q bekommt eine zusätzliche markierung in richtung des pfeiles anscheinend in der pfeil dann geht zusätzlich zur runden quasi eine zielübung für naja alle die nicht zielen können und die ulti bekommt eine cooldown verringerung von 120 bis 90 auf 110 bis 70 sekunden habe ich schon erwähnt dass man cockman tristan in letzter zeit verdammt oft gesehen hat mein ja nur und zu guter letzt wird bei vain der hobel angesetzt zumindest bei den adri carries danach kommen noch die supporter der patch ist viel zu lang wir sind jetzt schon bei minute 18 äh 16 verzeihung wain kriegt mehr angriffstempo pro stufe statt 3,1 4,0 was nicht unbedingt schlecht ist wenn man das jetzt auf 18 level hoch rechnet und bei der ulti wurde der bonus vom angriffsschaden etwas etwas erhöht von 25 bis 55 auf 30 bis 70 wie gesagt etwas schon erwähnt dass man tristaner und cockman in letzter zeit verdammt oft sieht weiter geht's mit dem sona rework das wurde angekündigt das wurde auch hergezeigt auf einer eigenen seite sogar sprich da stehen in dem patch noch gar keine richtigen daten drinnen aber auf der eigenen seite auch nicht es stehen halt genau dieselben texte wie bei der alten sona dabei die q verursacht bei den nächsten zwei schaden und gibt eine schadens aura mit dem power chord von der passiven wird das ein bisschen mehr die w heilt der power chord ähm drückt lässt den gegner weniger schaden drücken oder ups verzeihung die e lässt lauftempo gewähren kriegt man jetzt aber ein bisschen mehr wenn man verbündet damit betrifft ähm und zwar alle im radius genauso wie eben früher auch und die ulti hat jetzt eine passive fähigkeit dabei mit der die anderen power chords ein bisschen verstärkt werden und das äh spell animations dingens wurde der area of effect angepasst tja wie es genau mit den werten aussieht was da gepafft und genervt wurde weiß ich nicht vielleicht sind die werte auch gleich geblieben wenn es das war es ist einfach eine mechaniken überarbeitung was sona wegbringen soll von dem ständigen qw 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 in der zweiten Reihe bis dann irgendwann da alle karen schreit wir müssen weg dann drückt man mal e und ist weg es dürfte einfach nur eine überarbeitung der mechanik gewesen sein ich schätze mal dass die werte an sich gleich geblieben sind ich werde spätestens dann wissen wenn ich das nächste mal mit sona irgendwo spiele das heißt das wird heute abend noch der fall sein sprich für euch dann schon gestern und das wiederum heißt ich werde vielleicht noch in mini update oder so nachreichen auf die eisigen berge mit bergführer braum die er bekommt die passive noch mal genervt das hatten wir letztes mal da wurde die irgendwie von early ins late verlagert jetzt dieses mal wird sie einfach genervt und zwar von 38 12 pro stufe auf 32 plus 8 mal die stufe ja langsam drückte ich keinen schaden mehr die weh stell dich hinter mich oder stand behind kriegt höhere manakosten verzeihen ich habe wirklich einen froschenhals kriegt höhere manakosten und zwar von 30 bis 70 auf 50 bis 70 erhöht das heißt im early kostet einfach mehr aber wer level tv schon so zeitig das ist das irgendwie orientiert und die gletscherspalte die bekommt etwas weniger knock-up zeit zumindest auf den ersten level und die verlangsamung wird auch jetzt mit dem level stärker sprich sie nehmen im immens viel effekte aus dem early raus um das einfach ins late zu verlagern was natürlich die laning phase für den gegner angenehmer macht braum hingegen muss man jetzt spielen können und nachdem noch immer in 99,9 prozent aller spiele gebannt wird kann sich den kaum ein supporter richtig anlernen aber hauptsache weiter nerven weil er noch immer ständig gebannt wird und jetzt geht es weiter mit ein paar meiner lieblingssupporter als erstes hätten wir da jana deren passive wird von der reichweite von 80 auf 1000 von 80 ist schon von 800 auf 1000 erhöht könnt ruhig wieder global sein das wäre eigentlich genau das was jana als supporter so besonders gemacht hat und der heulende sturm wird das knock-up jetzt etwas länger dauern wenn man die kuh auch länger aufladen lässt und zwar von 0,5 bis 1 sekunde auf 0,5 bis 1,25 sekunden das ist vor allem für geduldige supporter verdammt viel wert vor allem wenn ich vergleiche dass alistar ungefähr auch die dauer hat das hatten wir im letzten patch check nami der erste meiner zwei lieblingssupporter die bekommt etwas geringeres lauftempo von 340 auf 335 was im prinzip nichts anderes heißt wie wieder mit movement speedrunnen spielen wer das nicht macht auf support gehört sowieso mal generell zwangsüberholt und die w wird wieder genervt das hatten sie am anfang der season runter gesetzt von 10 auf 9 sekunden auf allen rängen jetzt setzen sie es wieder hoch von 9 auf 10 sekunden auf allen rängen und vor allem in der laning phase ist diese eine sekunde verdammt nervtötend das war ein richtig krasser buff das hat man am anfang gar nicht gedacht weil man einfach den heal öfter ab hatte der adi carry konnte einfach immer öfter geheilt werden und das war eigentlich toll so aber jetzt sieht man halt auf vielen supportern auch in den höheren liegen nur noch nami und deswegen wird er jetzt wohl da etwas genervt und mein lieblingssupporter eigentlich für sehr lange zeit jetzt trash der bekommt einen nerf auf der w und zwar in der hinsicht das nur noch trash selbst und der erste verbündete der sich der laterne nähert ein schild bekommen nicht mehr alle blöd auspeitschen bekommt außerdem eine kleine korrektur mit dem infotext das wird jetzt richtig angezeigt und jetzt kommt der hammer das hätten sie sich sparen können sobald eine wand bei der ulti eingerissen ist also bei der box verursachen die anderen vier keinen schaden mehr und reduzieren den movement speed nur noch um die hälfte also abgesehen davon dass von den 99 prozent slow ich schätze jetzt mal 45 prozent sowieso nur optische kaschierung waren weil man unter einem gewissen mindestwert nicht runterfallen kann weil man da schon das gefühl hat man steht ich glaube doch immer das ist 125 ich bin mir aber nicht sicher warum das war es mit den champions den rest gibt es im schnelldurchlauf die gegenstände werden neu organisiert und zwar wird der shop anscheinend ja intuitiver gestaltet und man hat neue suchkriterien hinzugefügt sprich wenn man jetzt nach gelb rot blau grün rosa sucht kriegt man items angezeigt auch wenn man nach schaurige geister oder spooky ghost sucht einfach mal ausprobieren ich schätze mal da kommen die shadow twin shadows das gelbe support item wird wenn es ausgebaut wird mit geringerem cooldown belohnt und das soll halt einfach dafür sorgen dass man 475 gold für ein item ausgibt das es sowieso in wirklichkeit nicht bringt weil man die bessere also die gleiche version gratis haben kann das blaue support item der frostfang und das anrecht der frostkönigin geben weniger gold alle zehn sekunden und das ist halt ein bisschen hart denn jetzt ist das relativ zäh mit gold bekommen und so ich schätze mal das werden jetzt viele weglassen ich bin auch momentan stark überlegen ob es mir das wirklich wert ist weil als supporter kann man eben auch mit dem gelben item schön absahnen teilweise sogar besser als mit dem blauen aus man spielt morgana mit dem pool das medaillon der nomaden und das amulett des aufstiegs wurden ebenfalls überarbeitet diese gehen und zusätzlich einen fixbetrag an lauftempo was auch recht selten ist haben sonst eigentlich nur die schuhe und sie büßen etwas ein und zwar beim medaillon die mana regeneration alle fünf sekunden und beim amulett die lebensregeneration alle fünf sekunden außerdem wird die abklingzeit verringerung von 20 auf 10 prozent runter gedreht andererseits wenn ich mir überlege wie oft sich mit dem support eigentlich auf 80 prozent mana mana cooldown reduction sein müsste dann passt das eigentlich schon so der griff des todesfeuers bekommt eine verlängerung des cooldowns von 60 auf 90 sekunden eigentlich nicht schlecht das trifft sich ziemlich gut weil dann müssen wir es ihnen doch vielleicht im teamfeld mal zweimal überlegen was man denn genau jetzt attackiert realist kristallzeptor kriegt einen nerf für die tanks einen buff für die damage dealer denn die fähigkeitsstärke wird von 80 auf 100 erhöht und die leben von 500 auf 400 reduziert man kann es damit nicht einfach einen assassinen auf einen semi tank umbauen das wird damit wahrscheinlich nicht mehr möglich sein auch wenn es nur unter anführungszeichen nur 100 leben sind allerdings wird es auch große einbußen für ap tank tanker wie zum beispiel sejuani bringen die ja mit dem 25 prozent leben bonus von engine golem doch relativ stark sind zurzeit der schleier der todesfee bekommt einen nerf und zwar wird diese aufladezeit vom zauber schild von 25 auf 40 sekunden erhöht da war sie früher auch schon und damit wird dieses item jetzt wahrscheinlich weniger häufig gesehen aber halt doch noch weil seit es aus der spektrum gebaut wird hat man ja zusätzlich noch diese gegen heilfähigkeit falls man getroffen wird dass das schild jetzt weniger auf parat ist ist zwar etwas ärgerlich aber das ist man auch von früher gewohnt der kech der harmonie bekommt noch weniger magic was ist warum nehmen sie das zeug nicht gleich weg das schwert des okkulten wird es mathematisch richtig berechnet ja irgendwann musste ja jemand von riot mal mathe buch finden oder madrat schnitter bekommt eine zusätzliche zählmarke für die wie viele monster sind es noch bis zur führer flair dingens halt ja wird allerdings nur in der kluft der beschwerer angezeigt auf den anderen karten gibt es das item ja auch dann sonst nicht in der form die blackfeuertorch schwarzfeuer fackel wird im gewundenen wald und der kristallnarbe überarbeitet ähnlich wie der deathfire grasp von 60 auf 90 sekunden mit dem cooldown es ist ja im prinzip nur der etwas billigere äquivalent fest bekommt in der kristallnarbe einen kleinen aber doch effizienten nerf und zwar wird die abgängzeit von der kuh um eine sekunde pro level erhöht und die e wird vom coolen her ebenfalls leicht erhöht finde ich besonders spannend weil ja genau jetzt bald da sein soll und wissen hart counter für den sein soll oder darstellen soll zumindest laut den vorstellungen von riot nachdem viele spieler den champion ja zuerst christos k ausprobieren zu denen gehöre ich übrigens auch wird man das mit fiss wahrscheinlich relativ oft sehen auch wenn der cooldown hochgesetzt wurde erschöpfen kriegt jetzt eine neue passive verliert dafür etwas schadensverringerung von 50 auf 40 prozent kriegt aber die alte passive die man durch die master ist in der letzten season bekommen konnte dazu wenn jetzt nämlich ein gegner von exos getroffen wird wird dieser um zehn rüstung und magie resistenz ver erleichtert sprich man hat diese fähigkeit früher in der master ist gehabt dass jetzt direkt auf erschöpfen drauf und damit dieser schöpfen wieder verdammt mächtig vor allem im early wenn da ein ad carry oder supporter mit 19 rüstung steht und man haut exos darauf sind plötzlich nur noch neun und dann verursacht der eigene ad carry schon fast absoluten schaden das ist heftigst heftigst heilung bekommt einen nerf und zwar von 95 bis 75 475 verzeihung leben pro heilung eben auf 90 bis 345 und damit ist barriere wieder um welten stärker ich bin gespannt was die ad carry in nächster zeit zu spielen der team ersteller wurde überarbeitet das matchmaking passt sich jetzt genauer erfahrung an und ja die die spieler können das neue symbole freischalten indem sie im team ersteller fünf spieler in fünf spiele in einer rolle bestreiten bin ich schon mal gespannt wie die ausschauen es gibt die beta zum neuen spielverlauf wer es noch nicht weiß auf league of lessons.com oder beziehungsweise punkt.de je nachdem wo man spielt kann man sich ja es hat geraumer zeit den spielverlauf anschauen und dazu gibt es eine grobe überarbeitung wen es interessiert ich lasse das eingeblendet lest euch durch wer es nicht nutzt den interessiert sowieso nicht und damit wird das erledigt 33 alte skins skins pläschers rups bekommen eine überarbeitung das ist halt eine vorübergehende lösung was genau die dann damit anstellen wollen in zukunft weiß ich nicht aber ich schätze mal da kommt eine gröbere grafische überarbeitung auf uns zu neue spieler sind jetzt am ende eines spiels ab und zu einen tipp der das last hit betrifft mal schauen irgendwo neuen spiel auftreten und fragen wie es ausschaut die ladegeschwindigkeit des spiels soll jetzt außerdem auf älteren rechnern verbessert worden sein und zwar um 10 bis 30 prozent dann kommt endlich die fehlerfreie unterstützung für amd prozessoren das war schon mal ein fortschritt und eine allgemeine übersicht der fehlerbehebungen in diesem patch noch und dann sind wir auch schon durch dauert ja auch nicht lang genug zum glück schien stärker der dreinigkeit also von tvs und fluch des lichs oder lichs späne daneben sowie der eisbohr und gauntlet haben nun endlich die richtige abkling zeit in der info stehen es ist toll außerdem fehler behoben der dazu führt das spiel am ende eines matches im zuschauermodus fest hingen das habe ich in freundes kreis ein paar mal erlebt dass man teilweise mir teilweise anderen zugeschaut hat ist ein bisschen blöd ein fehler in der kurzinfo zu sehle des uralten golems oder behoben ich schätze mal da stehen jetzt die 25 prozent bonus leben drinnen außerdem wurde ein fehler im behoben durch den uhr im spiel manchmal nicht synchron war wodurch es aussah als würde zum beispiel die golems schon um 153 bauen anstatt 155 also die blauen golems und der fehler in der rückgängigen funktion der aktivierbaren gegenstände wurde behoben hoffentlich gibt es den button jetzt überhaupt wieder der war die letzten tage weg und außerdem wurden bugs an der sound engine behoben die lasse ich jetzt einfach mal so eingeblendet wer es will soll auf pause drücken und sich das anschauen und ich war das noch ganz kurz und dann geht es zum vorletzten punkt die anstehenden scans es gibt jetzt dann den debon air esrael und die debon air y also die charmeur und charmante charmeur es real charmante war eigentlich dachte ich dass sie sich sowas für einen valentinstag aufheben so wie chase andererseits anscheinend brauchen sie geld übrigens noch ein kleiner blick in etwa in eine etwas weitere zukunft es wird demnächst arcade mf und riot kale geben sprich miss fordstand kelly bekommen dieses jahr die gamescom skins ich schätze mal dass es so auslaufen wird und ja einfach mal abwarten so eine halbe stunde patch check wenn es durchgehalten habt hier das was ich auch von riot bekommen habe nachdem ich mich jetzt fast vier stunden durch den patch gewühlt habe und bis das alles jetzt fertig hatte das video schneiden wird es noch mal eine weile dauern das heißt also was jetzt gesehen hat sich wahrscheinlich noch mal ein paar stunden angehängt haben insofern wünsche ich mir jetzt einen traum auf die gute nacht habt spaß dass immer ihr auch macht und wir sehen uns irgendwo auf den richtsfeldern hoffe ich doch mal stark bis dahin macht's gut und gut nacht